Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum jetzt 75. Part bei Far Cry 4 mit mir im Kegel. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Aufnahme bzw. jetzt im Video, ob man das überhaupt jetzt an meiner Stimme hört, aber in meinem Urlaub, wo ich ja eigentlich viel aufnehmen wollte, ja, ich habe zwar einiges aufnehmen können, das habe ich alles an einem Tag gemacht, die ist von Folge, ich glaube von Folge 34 bis 72. Und 73 und 74 habe ich dann, man kann sagen, an dem einen Tag dann aufgenommen, wo das so langsam mit meiner Erkältung losging. Und die Erkältung, die hat sich jetzt so eine knappe Woche hingezogen, also bis jetzt mein Urlaub so gesagt zu Ende ist. Und ich versuche jetzt heute, also am Samstag, naja, eigentlich ist es, doch, es ist jetzt Samstag, ähm, versuche ich jetzt mal wieder ein bisschen aufzulegen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es meine Stimme aushält. Genau deswegen werde ich jetzt erstmal... Hunde! Tollwütige Hunde! Oh, so schön. Das ist nicht mehr... Ähm, wie gesagt, da versuche ich jetzt erstmal... Ich würde das nicht mehr für mich größer, sondern... Ähm, da versuche ich jetzt erstmal so ein bisschen klar zu kommen. Also ich musste halt schauen, wie meine Stimme das so mitmacht. Und einer ist ja noch. Wo ist der Wuffi? Doch, ist mir egal. Ähm, auf jeden Fall versuche ich das jetzt erstmal so weit, äh, wie es meine Stimme mitmacht, aufzunehmen. Und wir haben jetzt noch zwei Rennen, ähm, bei den Piraki-Films zu überdämen. So, wie gesagt, ich versuche es jetzt erstmal, wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, ja, dann lade ich die Folge trotzdem hoch und, ähm, und ich werde dann gucken, wann sich meine Stimme dann wirklich wieder so leicht verbessert. Aber ich kann jetzt mal so bedenken, in anderthalb Minuten diese Strecke hier abzufahren mit dieser ollen Gurke. Naja, warum nicht? Aber wir probieren es einfach. Weil wir es einfach drauf haben, ey. So, ähm, ich weiß übrigens nicht, ob ihr jetzt mit der, ähm, mit den letzten zwei Folgen, die ich ja jetzt, ähm, doch aufgenommen hatte, ähm, ob das soweit okay war, weil, ähm, das war jetzt diese besagte Sammelfolge, wo ich jetzt nur die ganzen, ähm, Sachen soweit gesammelt habe. Also hier die ganzen Sammelobjekte mit den, ähm, Masten und Hasse nicht gesehen, ähm, aufgrund der Gegend schon der Husten. Und das ist ja in der Offenbarung, ähm, okay, also, das eigentlich müssen wir auf jeden Fall nochmal neu machen. Okay, das können wir eigentlich gleich zum Neugedingsen, weil das bringt ja so überhaupt nichts. Boah. Aber der, also, ich versuche jetzt, wenn ich husten muss, versuche ich wirklich, mein Mikro zu mögen, weil, ähm, das kann ich keinem zunehmen. Du hast ja den Wingshut an. Wir müssten neu drehen, aber du wirst es überleben. Weil das, das geht gar nicht. Ist ja okay, ein Zug, die hätte ich vielleicht noch geschafft, aber, nö, lieber nicht. Ich möchte ja versuchen, das auf Gold abzuschließen. Wenn es jetzt halt doch nicht klappt, ja gut, dann lassen wir es eben auf Leber oder Bronze stinken. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie husten muss, und, ähm, ich kann es doch nicht, äh, muten, dann versuche ich das irgendwie, ja, vielleicht rauszukatten oder rauszuschneiden, aber ich glaube, da denke ich es sowieso nicht an. Ist ja bei mir normal, ne? Also, da sagen wir lieber nicht das. So, zwölf. Ist aber ganz schön schwierig, dieser ollen Gurke hier die Strecke abzufahren. Wenn ich das mal so sagen darf. Sechzehn. Das kann geknackt werden. Aber das war es ja glaube ich bisher immer. Einmal ein bisschen Platz machen, hier Leute. 22. 25. Ne, also Gold wird schon mal nicht. Aber komm, wir lassen das mit Silber, das ist alles so okay. Es müsste ja in der Liste jetzt abgehandelt sein. Und, das soll so gut sein. Huiuiui. So. Okay, wir gucken hier nochmal ganz kurz in den Fortschritt rein. Ähm, Kurati Film brennen, 8 von 9. Alles klar. Dann kann ich nämlich das Ding hier auch abhaken. Dann haben wir das nämlich auch, jetzt brauchen wir nämlich nur noch ein Rennen auf der Karte jetzt freischalten. Das haben wir nämlich noch nicht gefunden. Und dann halt noch die, äh, Kurati Films überleben rennen. Ähm, da kann ich mich dann auch jetzt so demnächst dann mal so durchwurschteln. Aber, ähm, jetzt würde ich sagen, wir versuchen erstmal hier so ein bisschen, ähm, in dem Bereich hier drüben weiterzukommen. Also wie gesagt, hier in dem Bereich habe ich jetzt, ähm, ist soweit alles abgesammelt, was jetzt halt gesammelt werden musste. Wären dann Folge 73 und 74. Vielleicht haue ich die auch an einem Tag zusammen raus. Zusätzlich noch zu einer weiteren Folge. Aber, ähm, wie gesagt, da muss ich doch gucken. Da muss ich gucken, wie das dann, äh, so Zustand kommt. Wir könnten natürlich auch das Propagandazentrum erstmal machen. Longinus hätten wir auch noch. Oder die ersten Außenposten hier mit den drei Alarmen. Die, äh, die stehen ja auch noch an. Ähm, pass mal auf. Wir werden hier oben erstmal den Glockenturm holen. Wir werden mal hier drüben eine Schnellreise hin machen. Und der Garantie wird dieser, ähm, Außenposten gleich angegriffen. So wie das ja in den meisten Fällen ist. Ist ja normal, ne? Weil wenn ich hier, äh, irgendwie, äh, abhaue, das tut mir, ne? Ich sag da auch schon nichts dazu. Ach, und die Mission, die Jagdfarm, haben wir ja auch noch. Ach, die Schande. Ja, ich muss mal gucken. Auf jeden Fall so aufgabentechnisch sind wir eigentlich auch noch sehr gut ausgestattet. Also wir haben jetzt hier eine Mission bei Hörg, eine bei Sabal und dann eine Mission, die als, äh, Sterne gekennzeichnet ist. Und dann werden wir einfach mal schauen, was da so läuft. Oh. Naja, komm, der wird uns sowieso, 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 sowieso mehr angreifen, ne? Machen wir das. Dann da oben, ne? Dankeschön. Fell brauchen wir nicht mitnehmen, weil wir haben jetzt soweit alles, äh, im Dings hier ja ausgestattet, ne? Also hier im, in der Herstellung. Meine Güte. Also mein Gehirn, das arbeitet auch nicht mehr so, wie es mal gearbeitet hat, beziehungsweise arbeiten sollte, ne? Wir sind da vorne. Hat ja schon wieder einer. Ach. Ich bin am Mörder. Hunger! Wir müssen uns auf den Arsch hier. Achso, wer gibt's ja noch? Hi. Na? Wollte mich da jemand wegmösen? Äh, wegmösen? Also, ne? So haben wir nicht gewettet. Glaub ich ja wohl nicht. So. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Und was mir hier gerade auffällt, die, äh, Frames, die spinnen so ein bisschen rum. Immer so mal bei 30, dann gehen sie mir auf 60, jetzt gehen sie mir auf 58. Verdammt, das will ich doch hier unten lang. Aber egal. Ähm, finde ich gerade ein bisschen komisch. Ach, guck mal, da kann ich, da kann ich hochklicken. Schauen wir mal, das ist auch der richtige Weg zu weit, ne? Obwohl, passt, glaube ich, auch sehr gut, weil da drüben ja gerade ein, äh, ein Dingensplakat noch ist, ne? Na, Freilich. Sind wir vielleicht noch Gegner? Nö, alles klar. Was, ein Badler? Ein Adler ist das bitte. Oder habe ich jetzt falsch gehört? Wenn Sie, ich habe, es kann auch sein, dass ich falsch gehört habe. Ich sollte mir mal die Ohren durchbußen lassen. Ich trinke selbstgebrannten seit ich zwölf war. Das ist schon okay. Hallo? Jetzt. No, hau! So, hier war noch irgendwo eine Kiste, oder? Ja, nice! So. Äh. Ich mache mir das, glaube ich, gerade ein bisschen zu schwierig hier mit der, mit dem Ömmel da. Ich bin ein Beide, aber... Nö. Was soll ich das hier? Na, hab ich eine Macke? Kann ich mal ein Kollege angreifen? Was darf nur ich? Ha, ha, ha. Hm. Ja. Das sagen wir mal lieber nicht zu. Oh. Oh. Ähm. Ähm. Ja. Da unten wäre auf jeden Fall ein unbekannter Ort. Ja, komm. Dann gönnt sich ja sonst nichts. Hui! Atta, ich bin lebendig unten angekommen. Geil. Ja. Wie viele Leute hinter euer Armee? Ja, mach ich. Geh mal alles hin. Ja, ich bin immer tot. Scheiße geparkt, ne? Aber komm. Weil wir gerade schon mal dabei sind. Kann man ja mitnehmen, ne? So, ich glaube, ich müsste dann mal einen kleinen Stück trinken. Irgendwas hat doch hier gar zu mir gefolgt. Was war das? Ich hab keine Ahnung. So. Aber wie gesagt, ich muss mal einen ganz kurzen Schluck trinken. Ich sag mal, Prost. Ja, zerstöre ihre Tracker. Das verhindert, dass sie durchschlagen können. Bald können sie gar nicht mehr angreifen. Jaja, ich zerstöre alles. So. Ähm, das hier gerade mit dem Jaguar, das oder Panther oder... Affetis. Auf jeden Fall mit dem Vieh gerade zu tun. Kann mir das einer erklären? Ja, ich zerstöre. Da wäre jetzt... Der nächste Glockenturm. So viele sind das auch gar nicht mehr. Genauso wie Außenposten. Ja? Eine Macke, sag mal? Wo? Ähm... Da rollt noch ein Reifen. Na gut, was davon nur übrig ist, ne? Aber hier, er hat angefangen. Der hat auf mich geschossen. Also, ich bin entschuldig. Aber sieht geil aus hier. Hier ist schon wieder ein unbekannter Ort. Asservatengewölbe. Oh, nice. Kann ich gerade gebrauchen. Alter, geil! Das ist nice. Nehme ich mit. Was haben wir hier? Kagememo. Plünderungen. Ich hasse es, mich zu wiederholen, aber anscheinend muss es wohl sein. Obwohl ich Plünderungen nicht sonderlich mag, verstehe ich, dass sie ein notwendiges Übel sind, um die Moral hochzuhalten. Seid so frei und nehmt euch allen Schnickschnack, der euch gefällt. Aber Gold-Artefakte und andere Wertgegenstände müssen dem hochrängsten... Hoch... Was? Rang? Oh Gott. Dem ranghöchsten Offizier zu nahen Gutachtungen übergeben werden. Ich bezahle euch gut, also erwarte ich im Gegenzug auch professionelles Verhalten von euch. Pagan Ming. Mhm. Klar. Und, äh, der Kegel sollte vielleicht mal, äh, lernen, ein bisschen besser zu lesen. Dann wär's vielleicht, äh, ne, so ein, so, klein, ein bisschen, ne? Das wäre vielleicht besser. Aber hey, ich glaube, das hat bei mir keinen Zweck mehr. Da ist, glaube ich, Hopf und Malz schon lange verloren. Gut, also, das ist, ist ja auch nichts Neues, ne? Aber warum soll ich nur um heißen Brei rumreden? Haha, ach, ach, ach. Ja, gut. Ich bin hier kräftig am Arbeiten. Das geht nicht. Ich muss jetzt einfach mal so loswerden. Wenn ihr euch gegenseitig die Köpfe einschlagen wollt oder euch zerschleiten, der Fleiß hin wollt, dann können wir das gerne machen. Aber unnimmig. So. Einmal weiter höher. Wenn wir diesen Glockenturm haben, dann können wir uns erstmal um die nächste Mission kümmern. Habe mich! Alle loyalen Kyrazi in dieser krisengeschütteten Reise zu Hause bleiben! Der Goldenen Vater stellt eine ernste Bedrohung an und Reise sollen auf das Nötigste beschränkt werden. Dies zieht ihre eigene Sicherheit! Ich dachte hier ist noch irgendjemand. Habe noch. Das eben nicht. So. Ähm. Wie kam man denn hier jetzt rein? Hm. Oh ja warte mal. Einen Glockenturm gab's glaube ich. Den müsste man von unten irgendwie gedingsen. Es folgt eine Ankündigung im Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit. Ich weiß noch nicht mehr von welcher Seite aus das war. Hm. Ich will jetzt mal gucken von wo das hier vielleicht gewesen sein könnte. Das muss auf jeden Fall hier in der Nähe gewesen sein, weil das war glaube ich so eine Tunnelverbindung. Oh Leute. Gebt euch andere Hobbys, aber lasst mich in Ruhe. Meine Fresse ja. Oh Gott. Aber ich müsste nochmal mit dem Flugobjekt herkommen, dass man da vielleicht irgendwie oben leicht auf das Ding drauf kann. Dann. Äh. Ah, ich glaub ich hab... Hahaha. Ich hab die Stelle gefunden. Tschö. Tschö. Ne, ne, ne. Lass mal. Tja. Tja, wenn man die Augen richtig ausmacht, dann sieht man sie auch, ne? Aber nämlich, dass hier keine Wachen weiter sind. Oder Pagan hat die schon abgezogen, das kann auch sein. Weil sich gedacht hat, ja, hier sind schon zwei Festungen weg und die dritte steht ja auch schon auf Kippe. Man weiß ja nicht, was noch passiert. Ne, guck mal lieber alle hier zu mir. Hab Angst. Ich bin der Pagan, ich darf dann. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und Soziale Hauptlinie. Pagan Wien möchte sie daran erinnern, dass er immer noch unangefoste Überführer herrscht. Oh, das ist schön. Der goldene Pfadmann behauptet, dass er ein anderes Ablick nimmt, aber die Leute... Scheiße! Ja. Pagan Wien ist Paganstädte, ist ein aktiver Hochfahrer. Und die Strafe für Fahrer sind in der Suche. Blö. Na, komm mal her. Komm her, du scheiß Vogel. Du kommst auf den Grill. Geht hier vor! Hehehe. Äh, weiß. Was, wer geht vor? Hier geht keiner vor. Hier geht nur ich. Weil ich's drauf habe. Das Einzige, was ich gerade nicht so direkt habe, ist ne Stimme. Das stört mich ein bisschen, aber egal. Ich weiß nicht, wie ich hier bin. Ich weiß nicht, wie ich hier bin. So. Heute eine Ankündigung des Ministeriums für 50 Festarbeit und soziale Harmonie. So. Das Landführer zu verlassen ist eine unverzeihliche Sünde. Die Santeure werden erschossen. Wer diese Santeure einen Untersuchung bietet, wird ebenfalls erschossen. In den Krisenzeiten ist es umso wichtiger, der Treue der Parganin zu stehen. Verzweifelt nicht. Parganin wird uns den Weg um Sieg zeigen und Kürer-Geris bringen. Möge sein Licht nicht alle Allo-Junden. Natürlich. Und ich bin der Kaiser von China. Huh. Egal, wie hoch kann ich hinspringen. So, passt das nicht? Moment. Vielleicht so? Ja, geil. So, ähm, 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 ähm. Achso. Ja, diese Durchsage ist jetzt gleich gestrichen, ich denke. Weil, ähm, ja. Brauchen wir nicht. Das wäre, glaube ich, ein Turm Nummer 15. Geil. Oh, was sagt denn der Timer eigentlich? Ach, sieben Minuten haben wir noch. Wunderbar. Bei dem Gewürge waren wir doch gerade schon. Hahaha. Tja. Ah. Ist schon leer gemacht. So. Ich hätte nicht mal gerne gewusst, wo denn hier dieses, ähm, das Plaketchen noch ist. Hey, geil gerettet. Tja, ich weiß. Aber irgendwo muss ja hier so ein besachtes Plakat noch sein. Ist doch ein Plakat, oder? Oder bin ich da jetzt? Äh, Completo falsch. Oh. Ja. Gut. So kann man dann natürlich auch einen, ähm, Turm hier runtergedingsen, ne? Geht alles. Wer es halt drauf hat, der macht das so. Wer nicht, der stirbt. Und in den meisten Fällen gehöre ich zur zweiten, äh, Personenart. Hm. Die Dinger hat auch nichts, oder? Obwohl, würde ja auch nichts bringen, wenn die Dinger drin hängen. Das ist ja, ähm, das ist ja Werbung, ne? Ich bin so doof. Oh Mann. Ich bin ja richtig doof. So, komm, die, die Geisel, die retten mal, weil wir gerade hier sind und wir es drauf haben, ne? So. Ja. Headshot. So, kann's abhauen. Tschüss. So. Kannst du mal einen Kaffee ausgeben? Ach ne, Moment, trink kein Kaffee. Ach, hier, guck mal. Aha, da oben ist das Plakat. Nice. So, ähm, warte mal. Das müsste doch eigentlich so passen, oder? Geil. Hehe. Ja. Freut mich. So, dann wäre nämlich das hier auf dem Kärtchen auch schon mal so weit freigeschaltet. Und hier sehen wir schon mal Gula Gradiac. Das ist die, ähm, die gefistete, äh, ne, die Festung von, äh, Palameen, ne? Und da, also da wollen wir ja hin. Aber vorher haben wir noch so ein paar andere Spacken, die wir ja gedingsen müssen. So. Jetzt wollte ich eigentlich erstmal, ähm, eine Hauptmission machen, ne? Aber da wir jetzt gerade hier in der Ecke sind. Und ich mich ja nicht zurückhalten kann. Es tut mir leid. Aber ich sag mal so, was erledigt ist, ist erledigt. Und ich denke mal, die meisten sehen das so. Was? Laute! Ah, das schwingt Gangster, ich will nicht zuhören, ey. Ist klar. Ja. Ach, guck mal, hier ist auch noch eins. Danke! Bald kommt der Tag der Nacht! Hey, gib nicht mir die Schuld, wenn was verdirbt. So, Esportierung ist egal. Hey, Jay, hier. Ich kann helfen. Super! Wir zicken Nahrung in ein hungerndes Dorf. Aber es muss schnell gehen, sonst könnte das alles verderben. Kein Problem. Ich schicke dir die Koordinaten. Und sei vorsichtig, die Straßen hier sind gefährlich. Ja, das habe ich schon gemerkt. Die sind so gefährlich, dass man eventuell von einem Turm runterspringt. beziehungsweise runterfällt. Und, äh, ja. Hopp. Kennen wir alle schon. So. Wäre er denn eventuell, ähm... Sie war eine gute Schütze. Herrlich. Sie konnte auf 100 Meter eine Fliege von dem Jettarsch wegballern. Aber eine kugelsichere Weste ist hier ziemlich, oder? Finde ich doch schon mal nicht so schön. Weißt du, eine kugelsichere Weste hätte ich mir ja nochmal hier ane... ane Dings packen können. So, bevor ich jetzt da auf dem RTW rausgehe. Ähm, genau. Moment. 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 Moment.